Erfüllung! Ja, ist das hier? Aber ist auch nicht hier? Oh, das ist ja auch nicht hier drauf. Durch die Bader finden das unverschön. Warum ist das? Das ist der Entferner, versteht. Der alte Söhnleger, der Prinzika, der Stoffmann, die im Bratow, der in Zollein, 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 Ja, wie jedes Jahr sind wir natürlich dankbar, dass wieder so viele Gäste an unseren Heiligen besuchen. Beim Dorf ist es damals schon vorangekündigt, sind immer wieder gern willkommen und natürlich glücklich, dass wir wirklich so viel Zustand haben. Ich habe gehört, die Oberhausener Feuerwehr ist so brav, dass immer das Wetter schön ist. Das ist richtig. Wir sind ein ganzes Jahr brav, darum ist immer, wenn wir Festl haben, ein schönes Wetter. Und wir machen natürlich auch gutes Essen, dass die Leute zusammen essen. Das heißt, es bleibt nichts über, was auch für das Wetter spricht. Seid ihr zufrieden mit dem Besuch? Sehr zufrieden mit dem Besuch. Es tut zeitig schon so viele Leute. Wie lange geht es heute noch? Offiziell. Offiziell, bis zwei in der Früh. Bis zwei in der Früh ist offiziell? Offiziell, genau. Und was gibt es für ein Programm, weil die Kapellen wieder nicht bis zum Schluss spielen? Nein, wir haben da ganz normale Musik am Schluss dann. Sie spielen bis zehn, elf. So was spielen wir. Die gemütliche Musik, dass alle gemütlich sitzen können. Wir waren heute in Münchendorf, da hat es geheißen, die Kinder rocken Münchendorf. Jetzt sind wir in Oberhausen. Da kann man sagen, die Feuerwehr rockt Oberhausen. Wenn die Kinder in Münchendorf rocken, rockt bei uns natürlich die Feuerwehr. Die rockt bei uns jedes Fest, also nicht nur dieses. Was ist das nächste Festl dann? Bunsch. Bunsch? Bunsch. Ja, da müssen wir auch kommen. Dann machen wir Bunsch, oder? Genau. Wann ist der Bunsch? 8.12. 8.12. Und 12.12. Und 12. Das ist meine Geburtstag, da komme ich auf jeden Fall. Da sieht man den Unterschied zwischen Verwalter und Kommandant. Der Verwalter hat die Daten alle im Kopf. Ja, genau. Und einer muss auch schaffen. Ganz genau. Dann kommen wir zu dir. Dann wünsche ich euch vielen Erfolg noch. Und dass wir hier reinkommen, das ist wirklich für eine wichtige und gute Sache. Danke euch. Danke dir. Danke dir. Danke. Danke. Danke dir. Danke dir.